Mein Name ist Winfried Kretschmer, ich bin Leiter und Mitgründer des Online-Magazins ChangeX und habe das Vergnügen, heute hier die Veranstaltung zu moderieren. Mein Gesprächspartner und das war eigentlich eine sehr sympathische Begegnung heute früh, wir waren nämlich binnen 10 Sekunden beim Du, ist der Frank, Frank Höchsmann und ich denke, dass diese Schwelle, die wir hier im Deutschen haben zwischen dem Du und dem Sie, auch ein Thema ist, das man mal thematisieren müsste, gerade vor dem Hintergrund von Business-Kontakten und im Umgang miteinander. Ja, Frank Höchsmann ist Geschäftsführer und Inhaber der Agentur Hotqua hier in Berlin, er ist Diplom, Betriebswirt, Touristik und Qualitätsmanagement und hat seine Firma hier aufgebaut nach längeren Auslandsaufenthalten, aber er hat nachher dann auch Gelegenheit, das nochmal ausführlicher vorzustellen. Ich möchte jetzt ins Thema reinspringen mit einer Formulierung von Professor Faltin, vorhin in seiner Keynote, er hat nämlich gesagt, Entrepreneurship hat mehr mit Kunst zu tun, als mit Business Administration, also mit dem ganzen Kram, mit dem man als Gründer beschäftigt ist, von der Anmeldung, Büroorganisieren, Betriebsorganisationen. Und wir haben jetzt das Thema Marketing, na klasse, ist das jetzt wirklich so eine Hardcore-BWL-Kategorie, mit der wir es jetzt hier zu tun haben, oder kann man Marketing auch ein bisschen anders verstehen, oder muss man es vielleicht sogar anders verstehen? Das wäre meine erste Frage an dich. Ja, genau. Also, ich werde nochmal in den Nachfragen, ich werde jetzt auch da entschieden sein, und das Mikro geht. Aber Sie dürfen sich auch setzen, wenn Sie die Mikro geht. Danke. So, jetzt. Klappt's, ja? Perfekt. Ja, also, ich bin der Frank Höchstmann, wie gesagt. Ich habe eine Firma, die heißt Hotbar, Hotel Tourism Quality. So haben wir angefangen, in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch andere Zielgruppen. Wir hatten verschiedene Produkte entwickelt, im Rahmen des Businessplan Wettbewerb Berlin-Brandenburg, wo wir auch von 370 Firmen die Nummer 1 in Brandenburg waren und die Nummer 4 in Berlin. Diese Produkte, die wir im Rahmen des Wettbewerbs entwickelt hatten, waren natürlich interessant, waren auch gut, aber die Realität hat uns etwas anderes dann gelehrt. Und zwar dachten wir, dass wir mit Qualitätstests anfangen und mit Qualitätsmanagement aufhören. Und in der Zwischenzeit ist das genau umgedreht. Das heißt, wir setzen immer beim Management-System an und arbeiten uns dann runter, bis zu den Qualitätschecks. Also hat uns hier die Realität etwas anders gelehrt. Und da, ich denke, das ist auch Gründermarketing, etwas zu entwickeln und dann gleich zu lernen, wie der Markt da reagiert. Und vielleicht dann sofort auch Gegenmaßnahmen zu treffen. Kann man das als Bestätigung der These verstehen, dass man Marketing anders verstehen, anders definieren sollte, als es üblicherweise in der Betriebswirtschaftslehre getan wird? Jawohl. Also wir hatten mit meiner Frau, hatten wir in spanischer Sprache ein Buch publiziert, Marketing Touristico. Und da sind ja all diese Techniken, die er in der Hochschule oder in diesen Vorlesungen da lernt. Und wir dachten, wenn wir jetzt nach Berlin kommen, dann können wir auch nach diesen Techniken vorgehen. Aber es ist im Grunde genommen, ist gerade für Entrepreneurs, für klein- bis mittelständische Betriebe, Marketing etwas anders. Das geht alles über die persönliche Schiene. Es geht über die ersten drei bis vier Sekunden. Man muss die ersten drei bis vier Sekunden gewonnen haben. Und vor allen Dingen muss man mit dem Bauchgefühl, also mit dem Herzen oder wie Watzlawick sagt, dass alle wichtigen Entscheidungen oder bis hin bis zu 95 Prozent der Entscheidungen aus dem Bauch herauskommen, aus dem Herzen herauskommen. Und so ist es auch. Also zwar helfen einem natürlich diese theoretischen Marketingkenntnisse, die man in der Schule lernt, in der Uni lernt, die sind zwar gut, aber im Grunde genommen, wenn man dann Entrepreneur ist, wenn man einsteigt in den Kundengesprächen und so, dann muss man doch sehr stark sich auf diesen Basic Instinct verlassen. Was heißt das konkret für die Situation des Gründers? Wie sollte er umgehen, um Kunden zu gewinnen und wie sollte er sich im Kundenkontakt verhalten? Also zuallererst muss man sein Produkt spüren. Man muss es erlebt haben, man muss von seinem Produkt oder von seiner Fähigkeit und von den Angeboten überzeugt sein. Das steigt einem den Rücken. Also das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und dann sieht man, dann durchleuchtet man den Kunden, wer ist es, was braucht er und man denkt, was könnte der gebrauchen. Und dann geht man praktisch zu dem Kunden und dann kommen diese drei bis vier Sekunden, die eminent wichtig sind und die man natürlich nicht verpassen darf. Also mein Eindruck ist ja, dass Gründer eigentlich mit Marketing nicht recht viel am Hut haben. Zum einen deshalb, weil sie mit ihrer eigenen Gründung so beschäftigt sind, dass sie eigentlich zunächst mal sich darum kümmern, ihren Betrieb zu organisieren, ihren Betrieb zum Laufen zu bringen. Und zum anderen, weil Marketing immer noch die Vorstellung einer eigenen Abteilung beinhaltet. Also man könnte ja zynisch sagen, bei Unternehmen, bei großen Unternehmen ist es so, es gibt eine Marketingabteilung, damit sich die anderen Abteilungen nicht mehr um den Kunden kümmern müssen. Aber für Gründer stellt sich das jetzt anders dar. Aber trotzdem ist mein Eindruck, dass Marketing oftmals als so eine externe Anforderung an den Gründer herangetragen wird. Ja, du musst ja eigentlich auch Marketing machen. Ist das so und ist das richtig? Ja, auf jeden Fall ist Marketing wichtig. Also einmal das Marketing, das in Büchern steht, aber das andere Marketing ist schon fast wichtiger. Diese Anpassung auf den Kunden und diese unbeschreibbaren Sachen, die in der Luft schwirren und die Reaktion, wie man den in den ersten paar Minuten, sagen wir mal so, den Kunden dann von sich selber überzeugt, zuerst einmal als Person und dann ist viel, viel später kommt das Fachliche. Also viel später kommt das Fachliche da. Und was ist da wichtig bei diesem ersten Kontakt? Also zunächst mal, wie kommt man in Kontakt zu einem Kunden und dann diese ersten paar Sekunden, was ist da wichtig? Worauf muss ein Gründer da achten, wenn er in den Kundenkontakt geht? Ja, also zuerst, natürlich muss man im stillen Kämmerlein da auch Marketingstrategien entwickeln, um überhaupt zuerst einmal an den Kunden zu kommen. Und dieses Gründermarketing ist ja so, das fängt damit an, dass man eine Idee hat. Diese Idee, die wird dann, ja, die wird zuerst zum Reifen gebracht, dann wird das niedergeschrieben, dann wird diese Idee in ein Produkt oder in ein Angebot verwandelt. Und wenn man dann die, sagen wir mal so, die Idee in ein Produkt umgewandelt hat und dann dazu natürlich auch noch die Bedürfnisse der Zielgruppe kennt, dann traut man sich dann raus, ja, in den konkurrenzumschwerten Markt und versucht hier dem Kunden sein Produkt anzubieten. Und natürlich auch nicht nur anzubieten, sondern auch zu verkaufen. Vielleicht kann ich kurz erzählen, wie das bei uns war. Ja, kann man. Also, das hat so ausgesehen, ich war ja, wie gesagt, Fachexperte in Montevideo und eines schönen Tages haben wir einen Qualitätsmanagementkurs gemacht und wurden dann zum Qualitätsmanager und Auditor. Meine Frau hat das auch mitgemacht und hat gesagt, Mensch, das war so schwer, jetzt müssen wir, entweder vergessen wir alles, was Qualität betrifft, oder aber wir leben davon. Dann sagte ich, ja gut, wenn das so ist, dann leben wir davon. Und sofort haben wir dann eine Firma gegründet und gleich den ersten Auftrag bekommen, das war von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, und haben dort das Qualitätsmanagement eingeführt. Diese Technik, die hatten wir dann intus und kamen dann nach Deutschland. Und hier in Deutschland haben wir die Firma angemeldet und haben bei dem Businessplan Wettbewerb Berlin-Brandenburg mitgemacht, wo wir dieses Produkt, das wir ja schon hatten, noch weiter verfeinert haben und entwickelt haben. Und wie es dann stand, sind wir dann, wie gesagt, auf dem Markt raus und haben angefangen zu verkaufen. Wobei ich sagen muss, das ging natürlich nicht immer so glatt und so gut und so schön, wie das in den Lehrbüchern steht, sondern man muss natürlich auch das eine oder andere mit einstecken, man muss selbstverständlich dann auch wahnsinnig flexibel sein und man muss einen Willen und eine Ambition aus Stahl haben, damit da etwas rauskommt. Also nie aufgeben, nie aufgeben. Und das ist dann ganz wichtig für den Entrepreneur, dass er hier Mut zeigt zum Weitermachen, auch wenn er einmal auf die Nase gefallen ist und er muss auch wissen, was er will und dann geht das. Auf jeden Fall ist eminent wichtig, dass man hier dieses Persönliche stärker entwickelt, vielleicht wie das Fachliche. Das Fachliche hat man ja sowieso intus und das andere, das muss dann aus der Lebenserfahrung heraus entstehen. Die Formulierung jetzt eben als konkrete Situation, da geht das nicht so schön, wie es in den Lehrbüchern steht. Was heißt das konkret? Welche Erfahrungen verbindest du damit? Ja, die Erfahrung war dann so, dass wir praktisch ein Produkt angeboten haben. Wir hatten da mit der Zukunftsagentur Brandenburg damals zusammengearbeitet. Wir haben ein netzbasiertes Qualitätsmanagement-Handbuch entworfen und dachten, das ist das Nonplusulta, das ist die Lösung und was ist da passiert? Da hat sich überhaupt niemand um dieses Produkt interessiert. Das war einfach der Nebenentwicklung. Und dann mussten wir uns noch einmal hinsetzen und überlegen, wie ist das? Warum ist das nicht gut angekommen? Und da mussten wir feststellen, dass wir mit dem Internet, mit den Online-Angeboten, das war damals 2002, noch zu früh da waren auf dem Markt. Und das kommt natürlich dann auch vor. Und so mussten wir alles dieses Projekt, dieses Online-Projekt, sagen wir mal so, zu durchsetzen und den klassischen Weg beschreiten, das heißt, zum Kunden zu gehen, anzuklopfen und dann natürlich verkaufen. Verkaufen über die persönliche Schiene, vor allen Dingen über die persönliche Schiene. Das ist immer das Beste. Also man muss einen Kundenkontakt aufbauen und den dann pflegen. Und wenn ich mir so meinen Kundenstamm ansehe, dann sind viele da die Kunden aus der ersten Stunde, die auch heute nach zehn Jahren noch immer da sind. Wenn das nicht so geht, wie das in den Lehrbüchern steht, wird dieses Problem vielleicht auch daher, dass die Betriebswirtschaftslehre sich eben aus der Bildung und dem Management von Großorganisationen herausentwickelt haben. Und Großorganisationen haben halt ihre eigenen Abteilungen. Und damit eigentlich so ein Abteilungsdenken sich entwickelt und sich festlässt, in der Disziplin BWL, das eigentlich mit der Praxis des Gründers gar nichts zu tun hat, weil der Gründer eben eigentlich alles selbst machen muss oder in einem kleinen Team machen muss. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also die, vor allen Dingen, wenn man als Entrepreneur was machen will oder erreichen will, dann hat man natürlich keine Marketingabteilung zur Verfügung, sondern man muss das alles selber machen. Und diese Techniken, die man in den Lehrbüchern gelernt hat, die greifen dann einfach nicht. Also da muss man sich auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Und man muss, wie gesagt, man muss andere Maßstäbe setzen und eine andere Angehensweise da zutage bringen. Also Marketing hat sich ja entwickelt aus der Absatzwirtschaft, historisch gesehen. Und Absatzwirtschaft sagt ja eigentlich schon, worum es geht. Ein vorhandenes Produkt im Grunde an den Mann bringen. Und diese Vorstellung auf eine Gründungssituation zu übertragen, ist glaube ich problematisch, weil man kann ja eigentlich an ein Produkt nicht unabhängig vom Kunden denken. Insofern ist die Herausforderung nicht sowas, was sich als abstrakte Disziplin stellt, nämlich Marketing, tatsächlich in eine Gründungssituation ganz konkret reinzubringen, eigentlich als Perspektive des Kunden. Ist das die Herausforderung? Das ist natürlich die Herausforderung, man muss die natürlich dann auch kennen. Das geht nicht immer auf den, sagen wir mal so, auf den ersten Blick, sondern das muss sich ja auch schön langsam reifen, um dann zu sehen, was der Kunde will und wer dann mit diesen Sachen umgeht. Im Übrigen meine ich, glaube ich, auch, dass sich diese klassische starre Orientierung innerhalb der Betriebswirtschaftslehre aufzulösen beginnt. Das hängt auch damit zusammen, dass man heute sehr viel mehr über Stakeholderbeziehungen spricht als über Zielgruppen im eigentlichen Sinne. Also ich glaube, da ist auch Bewegung drin. Und ich wollte es aber trotzdem nochmal nachfragen. Einfach mich interessiert so diese ganz konkrete Situation des Gründers, der oftmals da sitzt, überzeugt ist von seiner Idee und in diesem Überzeugtsein von seiner Idee eigentlich der Ansicht ist, ja jetzt müssten alle kommen und müsste alle begeistert sein davon und die Idee müsste sich bahnbrechen und müsste sich niederschlagen in guten Geschäften, die er dann auch machen möchte damit. Und dann, glaube ich, kommt oftmals die große Frustration. Ist dieses Bild, das ich da habe, richtig? Kann man das in der Gründungspraxis feststellen? Auf jeden Fall. Man hat ja gewisse Vorstellungen, wenn man eine Firma gründet und dann überlegt man sich ja, wie wird diese Firma, wie entwickelt sich die Firma, welche Produkte werden verkauft, man macht einen tollen Businessplan, das ist nur so kracht, man gewinnt auch den Businessplan und dann wird man von der Realität praktisch im Nachhinein dann überrollt und stellt fest, dass die Theorie eine Sache ist und die Praxis natürlich eine ganz andere. Und diese Kundenperspektive, ich glaube, das ist ja das Entscheidende, um das es geht. Wie kriegt man die rein? Wie kriegt man die in seine Gründung, in das Wachsen eines seines eigenen kleinen Unternehmens? Wie bekommt man die hinein? Durch Kundenbeobachtung, teilweise auch durch Marktforschung, allerdings im kleinen Stil, also nicht so wie große Firmen das machen, sondern man muss diese Informationen eben durch die Gespräche herausfinden. Man muss teilweise auch zwischen den Zahlen hören oder lesen, um zu wissen, was der Kunde will. Weil der Kunde, der weiß nicht immer, was er will. Und dann muss man ihm halt auch manchmal auf die Sprünge helfen. Ich glaube auch aus meiner persönlichen Erfahrung als Unternehmer oder auch als Gründer, ich kann mich noch entsinnen, dass es am Anfang irgendwie auch immer schwierig war. Das hat auch mit Angst zu tun. Also man hat seine Idee, man hat das, was man entwickelt hat und hat das im Kopf, ist dabei zu gründen, was zu machen daraus. Und plötzlich steht man vor der Anforderung, das, was man da entwickelt hat, mit anderen zu konfrontieren. Und da schwingt auch eine Angst mit, dass einem die jetzt sagen könnten, das ist Mist, das brauche ich nicht. Spielt diese Angst auch eine Rolle? Ja, das ist irgendwie eine Angst oder das ist ein Gefühl, das man schwer beschreiben kann. Und oft ist es so, dass man dann natürlich anfängt zu zweifeln an sich selber, an dem Produkt oder an dem Angebot, das man da hat. Und was dann wichtig ist, dass man in so einer Phase nicht aufgibt. Also es sind ja die Entrepreneurs, ich denke, es sind vielleicht 5 bis 10 Prozent von den Leuten, die anfangen, sich selbstständig zu machen, die halten durch. Und das ist hier eigentlich das Wichtigste, dass man einen starken Willen hat und dass man dann auch durchhält. Also wenn es einem dann auch nicht so gut geht, dass man nichtsdestotrotz dann weitermacht und von sich selber überzeugt ist, beziehungsweise von dem Produkt. Auch wenn man, wie gesagt, wenn die Gefühle da hoch und runter gehen.